... Hallo und herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. In der letzten Folge haben wir jetzt die Umbrella-Schlüsselkarte gefunden, nachdem wir uns an Lickern, Zombies und auch nackten Zombies vorbeikämpfen mussten. noch beinahe draufgegangen gegen diese komischen Pflanzen und Ada ist nicht mehr in diesem Safe-Womb. So schwer waren ja Verletzungen anscheinend nicht. Die ist abgehauen. Und jetzt haben wir hier diese Tür geöffnet mit der Schlüsselkarte und jetzt wollen wir uns mal ansehen, was hier abgeht. Ja, Zombie-Action geht hier ab. Oh, mich nicht voll. Ah, noch mehr Magnum-Munition. Können wir die letzten drei Schuss auch mal verbrauchen, finde ich. Wir müssen ja nicht immer die Pampi nehmen. Krass. Schädel weg. A Light-Switch. Ah ja. Der Schuss etwa gleich mehrere Zombies weggefetzt? Das ist krass. Das Ding hat ordentlich Wumms. Das schlägt richtig durch. Desert Eagle 58 Action Express. Ah. AE ist Action Express. 10-inch Barrel is put on to... Nnennennen. It can fire Dot 58 Action Express rounds more powerfully. Ah ja. Was haben wir hier? Ah, hier blinkt was. Die MO-Disc. Jetzt kommen wir hier raus. Alles klar. Was haben wir hier? Activator VAM für Base Vaccine Synthesis. Ich verstehe. Für Claire. First Aid Spray können wir nicht auch mitnehmen. So. Okay. Okay. Oh. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-Virus, didn't you? You would never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? Ha ha ha. You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-Virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? Oops, okay. Ein ziemlich peinliches Ende. Huh, you've taken the G-Virus. Na, das klingt ja geil. Das ist sein Erbe. Ja, ist klar. Die sind doch alle krank hier. Ohne könnte ich sie jetzt einfach abknallen. Hätte ja keinen Sinn. Gut, wir haben den G-Virus. So, wir haben auch genug Heilung. Ich würde sagen, wir können verschwenden. Wir müssen jetzt wieder nach unten. Zu dem... Leon. Ich bin wundern, Leon. What the fuck? W-What are you doing? You know what this is about. So just hand over the G-Virus. I don't believe this. Annette war right. About everything. That's why I told you to leave without me. But you wouldn't listen. Now hand it over. Don't make me shoot you. You can't do that. Whoa. Oh. Ada. Ada. I got you. Don't give up. She. She. I don't. Please. Jetzt ist es vorbei, einfach lass mich weg. Hör auf! Du hast es geschafft! Es ist zu lange, Björn. Wir beide wissen es. Nein! Ich versuchte dir, dass wir uns nicht wegnehmen können. Du musst mir nur hier helfen. Ich... Ich wollte wirklich... ... zu weg von León weg. Weg von... ... alles. Tschüss! Scheiße! EIDA! So, this is what everyone's been dying for. Hm. Tja, that was it with Aida. Aida's gun. No rounds in the magazine. The gun wasn't even sent. What made her do that? Okay. Was wohl diese Obsession von diesem G-Virus und von ihrem ach so herrlichen Ehemann, der ja nur tausende Leben vernichtet hat? Tch. Zericht. Okay. Aber wir müssen trotzdem noch hier raus. Tch. 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 Tür öffnen, nochmal zur Schreibmaschine gehen. Einfach nur zur Sicherheit. Damit ich hier wirklich nichts nochmal machen muss. Das wäre nämlich ziemlich viel. Oh, Typewriter. Ja, 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 ja. One last save. Wir nehmen uns auch ein bisschen in Anheilung was mit. Kann nichts mehr schief gehen. So, insert a verification M.O. disk. Und auf geht's. Oh, shit. Oh, dieser Raum. Okay, Aufzug. Huge lift used to reach the platform. We activated that. Logisch. Oh, nö. Holy fucking shit. Bitteschön. Der ist groß geworden. Oh, ho, ho. Ow. Fucking asshole. Jetzt wird er richtig monströs. Hihihihi. Verdammt. Zähne. Was der G-Virus für ein Potenzial hat, das kann ich zwar verstehen hier, aber... Wow. Der ist verdammt schnell geworden. Ach. Caution. Gar nicht erst in den roten Bereich kommen lassen. Au. 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 Fuck. Ja, komm doch, du. Okay. Oh. Monster. Okay, der Aufzug ist da. Der zuckt aber noch. Na. Okay. Ich glaube nicht, dass der, naja, wer Resi 2 kennt, weiß, dass das nicht ist. Dort meine ich. In B-Szenario zeigt sich, was wirklich noch aus dem wird. Okay. Dich gibt es auch noch, Claire. Vorsicht. Beinahe der Schädel weggelesen. Leon! Stay down! Are you okay? Yes, I'm fine. It's over. No. I have to find my brother. You're right. This is just the beginning. Goodbye, Neda. Okay. Das wäre ein Szenario. Das Leon A-Szenario. Wir machen, wie ich angekündigt habe, noch das Claire B-Szenario fertig. Und dann hätten wir Resi 2 auch erledigt. Ich bin gespannt, ob Capcom das Remake von Resi 2 wirklich genauso aufziehen wird mit A- und B-Szenario. Spielbaren Claire, spielbarem Leon. Wäre nicht schlecht. B-Szenario verändern? B-Szenario wurde vor dem Lerner intrans��를 auch übernötet. D-Szenario hat gewonnen. How Jesus' gefüttert! B-Szenario du pasando? Untertitelung. BR 2018 Ziemlich seltsame harmonische Musik bei einem Resi-Abspann. Aber naja. Ziemlich seltsame harmonische Musik bei einem Resi-Abspann. Ziemlich seltsame harmonische Musik bei einem Resi-Abspann. Ziemlich seltsame harmonische Musik bei einem Resi-Abspann. Ja, mein Gut. Auf so eine Bilanz gebe ich eigentlich nicht viel. Gut Leute, wir sehen uns dann beim B-Szenario von Claire wieder und ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Also, wir überspeichern das noch. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hier beim Neuanfang. Bis dahin, tata!